Mein Name ist Benita, ich bin 23 Jahre alt und mache hier bei E.ON die Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement mit den Schwerpunkten Assistenz bzw. Marketing und Vertrieb. Außerdem mache ich noch ein Studium an der VOM hier in Essen, International Management und das Ganze habe ich angefangen im August 2020. Der Start hier bei E.ON war wirklich super. Wir hatten eine Einführungswoche komplett, wo wir uns einfach erst mal kennenlernen konnten, die Azubis untereinander, wie ist das Unternehmen aufgebaut und das war wirklich sehr entspannt für uns, weil wir nicht gestresst worden sind, sofort anzufangen zu lernen, sage ich jetzt mal, sondern erst mal uns untereinander kennenlernen konnten, ein Team werden konnten und dann in die einzelnen Abteilungen gegangen sind. Im Homeoffice fühle ich mich sehr gut betreut. Das klappt hier bei E.ON wirklich super, finde ich. Wir haben die technische Ausstattung dafür. Es ging super einfach für uns ins Homeoffice zu wechseln und auch die Teams unterstützen uns dabei sehr, sehr gut. Wir sind immer noch genauso gut angebunden in die Teams in die tägliche Arbeit, wie als wären wir im Büro und es kommt immer jemand auf einen zu, fragt jemanden oder fragt uns, ob wir noch Hilfe brauchen, gibt uns Aufgaben, zeigt, wo wir noch unterstützen können. Und ja, man fühlt sich genauso eingebunden ins Team, wie als wären wir vor Ort. Gerne erinnere ich mich zurück an die Zeit in Investor Relations. Das war meine zweite Abteilung hier in der Ausbildung. Da durfte ich beim Full-Year Reporting unterstützen für das Jahr 2020. Und an dem Tag, als die Daten tatsächlich präsentiert worden sind, kam nach dem ganzen Rummel unser CFO, Mark Spieker, vorbei und hat sich bei uns allen noch mal persönlich bedankt, dabei auch bei mir persönlich bedankt dafür, dass ich unterstützt habe. Und das war schon ein sehr, sehr schöner Moment. Da habe ich mich auch sehr wertgeschätzt gefühlt. Die Ausbildung bei E.ON zeichnet sich meiner Meinung nach vor allem durch das Vertrauen aus, das man hier geschenkt bekommt als Auszubildender. Ich habe das in allen Abteilungen bis jetzt erfahren, dass man wirklich wertgeschätzt wird, von Tag eins super mitarbeiten darf im Team, wichtige Aufgaben bekommt, bei denen man auch wirklich merkt, dass man, ja, was im Unternehmen bewegt und wirklich unterstützen kann. Ich würde jemandem den Tipp geben, sich auf keinen Fall so verstellen. Ich finde, E.ON ist ein buntes Unternehmen. Man sieht hier viele verschiedene Leute jeden Tag auf der Arbeit. Und dabei ist es auch egal, ob man jetzt einen Anzug und eine Karte hat, Krawatte anhat oder ob man mit Jeans zur Arbeit kommt. Solange man was leisten möchte und mitarbeiten möchte, kann man hier, egal wie man aussieht, auf jeden Fall Erfolg finden.